und bei dieser wunderschönen musik hier im hintergrund begrüße ich euch zu einem neuen let's show flame over wir sind oder wir schlüpfen in die rolle eines feuerwehrmanns da haben wir auch schon und legen sofort los level 1 büro okay dann schauen wir doch mal gerade am trainieren gewesen ja dann auf und die action was aber jetzt muss ich muss schauen käs wasser hier ist noch nichts öffnen ein ich habe fünf minuten zum löschen der feuer okay na dann los geht's da brennt ja noch und weiter geht's zertrümmern rein hier ach du heiliger strohsack das habe ich ja gar nicht gesehen da hat es uns schon erlebt ach du meine güte naja wir starten neu also gut jetzt geht's los rein hier ok die schicken immer wieder springen flammen über das ist nicht so gut ach du heiliger strohsack so sehr gut das gebäude sogar anders rein hier ach du heiliger strohsack da bleibt mal ein bisschen warte hinten stehen habt ihr das gesehen hilfe oh nein am notausgang wo ist der notausgang hier nachfüllen ja sehr gut und zurück wir haben nicht mehr viel zeit oh nein wo ist die person da ist er ich habe meine rote handtasche verloren ok jetzt will ich mal neue handtasche suchen komm mit das kann doch nicht wahr sein raus hier schnell den retten wir jetzt ganz schnell so einen haben wir gerettet dann geht's hier lang oh nein Mist das ist nicht so gut die starten gleich wieder ach du heiliger strohsack guckt euch das an oh wie fies ist das denn oh das ist ja so der raum ist sicher was haben wir hier elektrizität sind aus na dann weiter geht's ach du heiliger strohsack ach du heiliger strohsack da kommt der rote rahmen wow oh oh da geh ich lieber nicht rein komm mit katze komm mit katze schnell zum ausgang katze nein oh jetzt ist die katze auch noch gestorben ach du heiliger strohsack ach du heiliger strohsack okay bisschen Zeit ach nix mehr da Mist 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 da ist ein Wassertank Mist ach alles voll ach nein und schnell weiter geht's und schnell weiter geht's ach du heiliger strohsack guckt euch das an oh 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 Waaah Nein, ich muss aufhören. Oh nein, die ist schon tot. Oh mein Gott. Weiter, 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 weiter. Ah Mist, die kommen ja auch nicht weiter. Er ist schon tot. Oh, oh, wer kommt denn da? Nein, hau ab. Hilfe. Nein. Ach du mein, lecker Strohsack. Wie es scheint, schaffen wir nicht mal das erste Level hier. Oh mein Gott. Ich würde sagen... Ach du heiliger Strohsack. Kommt raus hier zwei, schnell. Und schnell wieder da rein. Zieh mir die doofen Handtasche. Oh nein. Ich komme hier drin nicht weiter. Ah, das gibt es doch nicht. Ich würde ein Leben verloren hier. Nein. Nein. Verdammte Axt hier. Bringt doch nichts. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Nein. Oh nein. Das greift aber auch ständig wieder über. Du kommst überhaupt nicht voran. Ach du heiliger Strohsack. Und. ются Slide. Es ist灵ert. Ich würde echehe. mein gott hat nur noch ein herz schon wieder und das war's das ist doch nicht wahr verdammt ok jetzt weitermachen wir haben eine katze gerettet einen menschen gerettet jemand etwas weiter geht's vorher übung schauen wir uns mal die feuer übungen würde ich sagen story immer zum schluss so gehen wir los was haben wir ja ja das ist das haben wir schon rausgefunden ach du meine güte so der schlauch verschließt im wasserstrahl klar die feuerlöcher für die schaum und große bereich ok ok dunkler qualm bedeutet elektrisches feuer nein hilfe hitze anzeigen okay das haben wir schon rausgefunden so der raum ist sicher vorher erst so weiter geht's sehr gut das müssen wir doch mal schnell ausmachen strom abschalten haben wir ja schon mal gemacht also von daher war das wichtigste liegt ok hier müssen wir mit wasser ran oh nein ja die wilde irgendwas oh nein ich schaffe mir nicht mal das tutorial ok mit der wärmerbrille in der herzen so kannst du kann er noch besser verbessern ok schon ein wenig übertrieben wie das hier überschlägt das feuer finde ich zumindest so toll beide sind gestorben aber die schlauch auffüllen schnell zurück und weiter geht's komm mit wenigstens einritten ok katze ein leben ein mensch eine minute ach du heiliger strohsack so alles gelöscht hier mein gott da drüben ist jemand drinnen die mist nein komm jetzt schnell du musst raus hier was machst du überhaupt hier es brennt man raus 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 und wieder nachfüllen und schnell wieder rein so hier lang hier lang und hier hoch das breite sich wieder aus die katze hat es nicht geschafft wo klingelt das jetzt hier noch verdammt nachfüllen drüben konnte ich was suchen ok schnee weiter geht's hier drüben rein ich habe noch ein bisschen zeit ich würde sagen wir gehen noch mal schnell was holen was sehr gut sehr gut ach du heiliger strohsack ach du heiliger strohsack wow fies 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 der raum ist sauber müssen zurück schnell nachfüllen und weiter geht's so wo gehen wir zuerst lang hier kommen sie mit schnell raus hier schneller schneller los zack und wieder rein wow ok im Trainingslevel hat man echt verdammt viel Zeit vor allem wieso brennt es hier in der Toilette und hier rein ach du meine Güte ich erinnere mich ein bisschen zu Mario Sunshine ok ok Glückwunsch alle Feuer gelöscht wir können zum Ausgang raus 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 noch ein bisschen Nebel hier so ach meine Güte ok 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 hier gehen wir noch rein ok was haben wir da Wasserbomben ok was haben wir da ok Wasserbomben ist eine sehr super Idee super Idee super Idee gut dass ich sowas besitze und weiter oh 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 na 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 so dann gehen wir hier rein und schmeißen Wasserbomben rein oh oh na das Feuer da geht nicht aus aber das ist ja auch der dunkle Qualen Mist oh 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 mal schnell zurück auffüllen zack 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 wac So kann aber nicht wahr sein Kommen sie mit Katze los kommen Oh Ihr wartet wenigsten zum Schlauen habt Ihr euch einen relativ sicheren Ort gegeben und wieder rein hier so kommt die bringen wir jetzt noch aus was denn los rein mit dir und zurück vor sich weiter ausbreitet alles was schwarzer nebel ist muss man hier mit rangehen unbedingt den stromschalter finden so raum gesichert ja weiter geht es nachfüllen so hier kannst du das ging gar nicht gekämpft kaufen minze komm wasserbomben ja toll der bleibt weiterhin da drin oder was na gut weiter hier müssen wir noch ein ach du meine güte komm mit so schnell nee 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 alles ist mir alleine machen und schnee hoch komm jetzt schnell hier lang super mario sunshine jetzt ist mir eingefallen super mario sunshine hat auch mal sein wasser spritz basul am rücken gehabt und jetzt hier dann haben wir hier dunkler dunkler qualm auch von der seite ja und von hinten schluss jetzt so komm jetzt schnell los raus mit dir hier so weiter geht's hier rein mit dir und kamera drehen so hier drücken wir mal alles abgehakt so da drüben geht's zum strom oh hier erstmal noch ja rein hier strom aus und hier rein oh Gott so hier ist alles sicher weiter geht's oh oh zum exit nein es geht weiter was haben wir hier gut das büro ist sauber so was wohl er nicht okay ja dann ist die besten szenen ja hey das läuft ja richtig super bei dem muss ich jetzt mal sagen muss ich sagen das war's dann für diese Let's Show wenn es euch gefallen hat könnt ihr gerne die Entwickler unterstützen ansonsten sehen wir uns nächste Woche bei einem neuen Let's Show oder bei einem Projekt was zurzeit läuft bis dahin bis zum nächsten Mal Ciao bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018